Ach, was ein langweiliger Tag, ey. Oh, fuck the shit. Christian, was schön ist denn da hinten so rum? Oh, Björn, ey. Ey, guck noch mal dazu. Was hast du geschafft? Ey, dein Drecksbeger-Borstwurm hat mich voll erwischt, ey. Ruhig einen Meerwasser-Notruf an. Ja, auf, los. 1-0. Jetzt hab ich mich verwählt. Mach hin, ey. Das brennt wie die Hölle. Ey. Was hast du denn noch für ein Feenzock im Becken, ey? Das sieht hier ganz übel aus. Oh, je, 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 je. Herr Wasser-Notruf Mainz, hallo. Ja, hallo. Wir haben hier ein ganz großes Problem. Der Christian, den kennst du bestimmt auch. Der hat hier die ganze Hand blutet. Der hat hier vom Borstenwurm irgendwie einen Stachel da reingekriegt. Oder vom See-Igel, wir wissen es nicht. Bleiben Sie ruhig, tun Sie einfach den Finger ein bisschen in Essige-Sense. Ach so. Weil da hätten wir auch selbst drauf kommen können. Danke. Auf, mach mal hin. Das haben wir zufällig ja genau hier. Ja, aber ist ja logisch, ne? Eigentlich schon. Essig löst kalt. Ja. Ja. Hätten wir auch selbst drauf kommen können. Mann ey. Also, wenn ihr jetzt auch mal das Problem habt, dass ihr Seh-Igel erwischt habt oder einen Borstenwurm, einfach mal die Finger schön im Essig halten, dann löst sich langsam der Stachel auf. Ja. Und dann gibt es keine hässlichen Unzimmer. Das war unser extrem spannendes Salz der Woche heute. Und du lässt das nächste Mal deinen Finger bitte in deinem Becken. Okay. Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, Mann. Das ist ein langweiliger Tag heute. Oh, Björn. Was ist denn los, Christian? Björn. Oh, verdammte Scheiße, ey. Dein Megaborstwurm hat mich erwischt, ey. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ey, ich hab in das Drecksvieh reingekriffen. Ich ruf den Notruf an. Mach mal hin. Das brennen, ey. Das brennt wie in Hölle. Gehts? Ja, gehts, ey. Mann, mach hin. Mir fällt gleich die Hand ab, ey. Mann, was ist denn da los? Was ist denn das für ein Notruf, ey? Ihr Gesprächspartner ist zur Zeit. Ja. 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 Wenn's ins ich nicht in Hölle. komm her. Kannst du dich auch multiforthy sein? Das一樣.